Ein Schlachtfeld betritt man nicht leichtfertig, egal ob es das Herz, den Körper oder den Geist betrifft. Und man verlässt es nicht einfach so. Wir lassen etwas von uns zurück. Und manchmal kostet die Verteidigung der Unschuldigen mehr, als wir uns je vorstellen konnten. Und man verlässt es nicht einfach so. Und man verlässt es nicht einfach so. Es gibt nur ein Wort dafür. Aufopferung. Ganz egal, ob es in der Gegenwart gewürdigt wird, in ferner Zukunft oder auch nie. Das ist die Pflicht des Helden.